fünf neue woche elf aufträge was haben wir durchsuche behälter bei redline rick brutal beachhead oder nitro dom 5 stück lege distanz mit fahrzeugen zurück oder während du per schlepphaken kanone an einem fahrzeug hängst 1500 meter füge gegen den schaden mit einer mindestens epischen waffe zu 500 schadenspunkte fliege durchflammende boost reifen fünf stück ist der nitro drum markiert kann man überall anders aber auch machen gibt viele ringe erziele mit zielfernrohr waffen kopfschüsse bei gegnerischen spielern drei stück ist nicht einfach da sind nicht gegner gefragt sondern es müssen wirklich jetzt dann auch spieler sein schauen wir mal ich lande tatsächlich hier beim nitro drum ja eigentlich sind ja bloß zwei ringe gibt es überall anders auch woanders machen können aber gut ich beuge mich jetzt hier der markierung und finde da natürlich auch gleich ein auto und jambe dadurch man hätte auch ohne auto machen können ja nur mal so man kann da ja auch durchlaufen das geht auch aber das auto ist natürlich schnell jetzt hier das zweite mal und da drüben wieder raus dritte mal außerdem lege ich gleichzeitig distanz zurück mit dem wagen so noch zweimal also einmal hier durch kommt das auto verzieht aber auch so aufgabe gelöst erste von fünf was haben wir denn noch behälter durchsuchen ok und zwar entweder hier im nitrotrom oder an der raffinerie geht auch bei megalos schiff der leviathan da habe ich jetzt die erste das ist ein behälter in form einer munitionskiste mal gucken ob ich noch weitere finde hier steht denn da völlig regungslos ich glaube jetzt habe ich das wieder getriggert dass die jetzt alle wieder auf mich scharf sind jetzt rennen die da alle zu mir hin und wollen mich kalt machen die wachen das war vielleicht nicht so klug da oben steht noch ein behälter wieder eine munitionskiste zweite behälter ja aber vieles hier nicht gerade zum aufmachen finde ich also da wo ich jetzt gerade lang gleich da ist noch einer ok der dritte der dritte oder gegen das macht er nicht nicht mitgekriegt dass ich hier stehe ok ist noch einer der tür so dass jetzt noch eine kiste vierte gewesen sagt da ist noch eine die fünfte um ok lege distanz mit dem fahrzeug zurück das wird die nächste aufgabe aber hier ist noch ein spieler und zufälligerweise hat die maschinenpistole die vorboten maschinenpistole hat ihnen zielfernrohr montiert und das zählt jetzt als zwei kopftreffer hätte auch ein dritter sein können so hier habe ich mal kurz das mich reingesetzt und zwar aus versehen an steuer also der wollte wahrscheinlich gerade auf mich schießen der spieler jetzt sitze ich am steuer fahr ich das ding und ich werde den auch im verlaufe des matches los so ok hier haben wir noch ein also noch ist er drin schießt jetzt hier auch aus dem fenster raus aber ich fahre die platte mein kill ich muss den wirklich irgendwann aber auch los werden da habe ich die distanz geht natürlich mit diesem auto super schnell 1500 und hier habe ich jetzt ja man soll ja mit mindestens epischen epischen also lila waffen soll man schaden zufügen und zwar gegnern da gehen jetzt hier auch die wachen das funktioniert auch bei denen hier mache ich mal einmal hoch und voll runter volle kann das sind 300.400 jetzt werde ich hier noch von anderen guck dir das an immer toll hier fehlen hier nur so ein paar pünktchen werde ich schon wieder gestört ja und nicht nur gestört der folgt mir gucken auf der minimap der rast mir hinterher mit seinem megalodon wagen na super in einer backe ich muss den irgendwie los wenn ich habe nicht mehr so viele konditionsschild gar nicht mehr autos noch halb gut er gibt nicht auf bleibt hinten dran jetzt schießt er so ok jetzt hat er aufgegeben jetzt auf ich weiß wo eine kiste steht die mein auto in nullkommanichts heile macht die ist da drüben ich fürchte das ist jetzt im sturm aber nicht weit da dass die ist einmal durch und wieder zurück hat ja fast gar nichts gekostet und außerdem habe ich ein spray dabei so da kann ich mich jetzt erstmal auf zwei kleine minis getrunken und frisch gemacht hier da sitzt auch gleich die frisur wieder die blaue so ja jetzt noch mal die fäuste ausgerüstet und einmal muss ich noch einen treffen der ist noch übrig bin zurückgefahren der chef hier der kommandant sagt und jetzt habe ich 500 schadenspunkte hurra so ist die kopfschüsse noch die kopfschüsse ja ja okay ja gut ich mache jetzt noch den sturm vorhersage turm hilft mir vielleicht nachher noch mal mit der karte wo ist er wo ist er so leicht die orientierung verloren da drüben der ist noch in dem sturm kreis drin da passiert mir nichts freigeschaltet so jetzt die nächsten kreise und schon sind es nur noch drei endgame ich habe kein getroffen mit dem zielfernrohr ja guck mal hier kommen um die ecke und liegen die ganzen medaillen jetzt habe ich alle drei ich weiß nicht was mit dem passiert ist dem hat er die waffe wäre auch noch cool ich hätte ein zielfernrohr drauf ich bin ich hin bei drei oder zwei da ist einer ja die kann ich eigentlich nur mit den fäusten abwehren jetzt hier wird richtig haarig höhe aus meine lieblings umgebung ist es auch nicht für so einen kampf vor allem wenn einer vorne und einer hinten ist wenn ich so zwischendrin bin diese sandwich position hier gefällt mir gar nicht überhaupt nicht gut dass ich die handschuhe habe ich ein bisschen flexibel aber ja aber vielleicht ist das auch ein fehler aber ist so einer ist da unten oder ob ich aber möchte ich was kassiert jetzt im gehen jetzt bin ich im gegen strom der fluss arbeitet gegen mich hat toll das hat gekostet und ich habe keine zeit der sturm hinter mir ich habe keine zeit nicht aufzurüsten man ja die medaille baut ein bisschen mein schild auf bis 70 punkte automatisch und eine weile aber das war es auch schon zu zweit okay endgame wo bist du voll sinnvoll das nitro voll sinnvoll dass ich das getrunken habe oder ich habe ja sowieso dauern die trocken okay da ich habe ich habe ich habe ich einen gut erwischt er darf mich nicht erwischt er darf mich nicht okay also noch ein kopfschuss neues match gespielt man doch ein zweites match angerissen da unten guck mal da steht der wagen und da hinten läuft der spieler zu dem wagen ein kopfschuss kriegt es hin mit meiner mit meinem glück ja ich hab's hingekriegt ich bin sogar frech klau demnächst den wagen kopfschuss verpasst und wagen geklaut das würde mich aber auch annerven oh mann ich bin fies na gut ich habe es geschafft wünsche euch was und sage mal bis morgen ciao